Ja hallo grüß euch zum nächsten Teil der Bierpräsentation. Ich melde mich heute direkt aus unserem Sudhaus und das ist für den Braumeister immer schwierig, wenn man gefragt wird, was ist eigentlich deine Lieblingssorte. Aber ich habe mich eigentlich wieder hergekommen und bin schon in unser Vornburger Jubiläum ziemlich verliebt und muss sagen, das ist eigentlich auch so meine Lieblingssorte, ist auch die Hauptsorte der Brauerei. Ein Spezialbier, wie es im Buch steht. 12,8 Grad Stammwürze, 5,5 Prozent Alkohol, gebraut mit feinem Quellwasser aus dem Silbretter Alberg Massiv. Das eignet sich auch perfekt für diesen Biertyp. Wir haben feine edle Hopfensorten drinnen und ein wunderbares frisches Pilsner Malz, das diesem Bier dann auch diese wunderbare goldgelbe Farbe gibt. Eingeschenkt jetzt in dem Olympiaglas, mit dem man die Vornburg eigentlich immer schon verbunden hat. Und wenn man da hinein riecht, war dieses Aroma. Der Hopfen kommt irrsinnig schön durch, diese frische, also man will unbedingt eigentlich den ersten Schluck kosten, wenn man da hinein riecht. Irrsinnig angenehmes Duftprofil und diese zarten Hopfentöne bestätigen sich dann auch am Gaumen, werden mit ganz edlen Malznoten abgerondet und das Besondere für das, dass es ja doch ein bisschen ein kräftigeres Bier ist. Es wird nicht zu mastig oder zu voll, es hat einfach eine irrsinnig gute Trinkbarkeit. Es macht richtig Lust auf den nächsten Schluck und wir sind wahnsinnig stolz drauf. Bestes Spezial laut Pfalzdorf, das freut uns natürlich auch und viel Spaß mit unserem Vornburger Jubiläum. Ich hoffe, euch schmeckt es auch so gut wie mir zum Wohle.